Objekte wie Knoten, Stäbe oder Lager lassen sich gezielt ein- und ausblenden. Das Modell kann über Linien, Bögen, Winkel, Neigungen oder mit Höhenknoten bemaßt werden. Frei angelegte Hilfslinien, Schnitte und Kommentare erleichtern die Eingabe und die Auswertung. Auch die Hilfsobjekte können einzeln ein- oder ausgeblendet werden. Untertitelung des ZDF, 2020